So, was macht der Puls? Drückt der Wallen, oder was? Dann kommen wir nach vorne. Zehspitze schauen drüber. Jetzt kannst du noch rechts in die Kamera rüber erzählen, wie es da oben so geht. Was zu weit bist, sagst du sonst. Okay, drei, zwei, eins, schon! Das ist ein bisschen gerechtlicher, aber der Schützer, jetzt ist ja fast so gut, der Jungen hat ein Reiterfach da. Okay, drei, 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 drei. Okay, three, drei, cores.